so halli hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen smashing news video heute im vergleich zu gestern wird es ziemlich chillig ich habe nicht ganz so viel zu reden wie gestern nicht ganz so viel zu erzählen und wird deshalb sagen in aller kürze starten wir rein und unser erstes thema heute ist die roadmap ja das update eben heute raus hier sehen wir auch noch schön die zeichnung vom hamburg lübeck addon gibt ja zu vielen addons nicht zu allen tatsächlich aber zu einigen addons vor allem auch zu den neuen gibt es immer so schöne zeichnungen die werden auch von wirklich von einem zeichner angefertigt und das ist eben die für hamburg lübeck es gibt eigentlich gar nicht so viel zu roadmap zu sagen außer dass hamburg lübeck in der next arrival section ist in der upcoming section da ist der cathcart circle hochgerutscht die strecke rund um glasgow und natürlich dann in der in production sektion wurde natürlich hinzugefügt das rush hour feature das unreal engine update dass die ganze die drei strecken die jetzt angekündigt sind und das ist im grunde schon alles was jetzt auf der roadmap steht es steht auch noch drauf extra ein punkt ein separater punkt passagier upgrade sozusagen damit ist glaube ich nicht russia aber gemeint sondern dass man die variety also die die vielfalt ein bisschen der der leute ändert oder vergrößert besser gesagt das steht auch in dem faq im artikel zum rush hour feature apropos rush hour ich würde sagen da gehen wir jetzt gleich mal hin weil mehr gibt es zur roadmap eigentlich nicht zu sagen dementsprechend können wir gleich schon weiter gehen und sind jetzt hier beim thema rush es ist jetzt offiziell alles was ich gestern gesagt habe ist nun offiziell bestätigt also dass der leak war real und kein fake und ja dazu gibt es eben noch zu sagen dass noch ein stream kommt wo sie das so ein bisschen ansprechen genauso wie das roadmap update allerdings ist im grunde alles gesagt also ein release datum werden sie sowieso nicht veröffentlichen das wird im sommer halt veröffentlicht ich gehe von august aus irgendwo letztes jahr kam trains in world 2 auch im august dementsprechend wird das wahrscheinlich so um den dreh wieder sein aber im grunde werden sie heute abend im stream wahrscheinlich nicht mehr bekannt geben als auf den foren und webseiten steht sollte das doch der fall sein dass da noch mal eine mega info kommt die jetzt nicht in den artikeln steht dann kriegt ihr am donnerstag oder eventuell am freitag ein news video zudem zu dem zweiten stream über hamburg lübeck und wie gesagt sollte es dann im heutigen stream von dovetail games noch mal was ganz bahnbrechend wichtiges geben was jetzt nicht schon irgendwie gestern im video oder heute genannt wurde von mir dann werde ich das eben da noch mal ganz kurz erwähnen in dem nächsten news video was ja rund um hamburg lübeck sich drehen wird wir schauen jetzt ganz schnell noch mal was durch und zwar sind ein paar bilder auf der website eben erschienen im artikel da haben wir zunächst mal ein bild von london victoria brighton und hier sehen wir eben in bahnsteig da laufen leute drauf das soll natürlich ein bisschen so zeigen guck mal hier ist richtig viel los mit unserem neuen rush hour update soll hier richtig viel los sein war wohl hier ein bisschen skeptisch bin allerdings steht hier ja work in progress und das dauert ja auch noch bis sommer bis die da fertig sind mit dennoch sehe ich hier jetzt nichts von vielfalt der passagiere von einer größeren vielfalt wenn man sich die passagiere sowohl die im vordergrund als auch die im hintergrund als auch die die im zug sitzen anguckt die sind alle gleich dick dick beziehungsweise dünn also haben alle die gleiche statur das wollte ich damit ausdrücken unglücklich finde ich auch irgendwie auf dem foto dass ganz links am fenster im zug also ganz links am bildrand im zug sitzen eben drei herren nebeneinander die sich jetzt nicht 100 prozent aber schon sehr sehr ähnlich sehen jedenfalls haben sie alle drei die gleiche frisur da spricht natürlich nicht gerade für für vielfalt die hautfarbe ähnelt sich minimal von den dreien zueinander also die sehen fast schon aus wie hier drillinge oder zumindest zwillinge und und noch ein großer bruder oder so ja genauso wie im hintergrund läuft auch laufen zwei damen mit gleichem pulli mit gleicher frisur nur mit anderer haar und hautfarbe ganz leicht anderer hau und hautfarbe herum wir sehen im zug einen herren mit glatze sitzen der für mich jetzt kaum bis auf der hautton eben kaum unterschiede hat zu dem herren mit glatze ganz rechts also es sieht jetzt nicht nach viel viel größerer vielfalt aus wenn ich es richtig sehe ich bin mir da nicht sicher ob mich da meine augen täuschen oder ob das wirklich so ist dann hat dieser herr hier zwischen den zwei verschwommenen damen silhouetten einen schnauzbart in blond das wäre neu aber sehe ich jetzt auch nur wenn ich sehen möchte aber es sieht schon so aus so ein bisschen dementsprechend besteht da hoffnung und vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen einiges dazu also das vielleicht auch noch kinder unterwegs sind leute die nicht nur die gleiche statur haben sondern korpulenter weniger korpulent dünn mager also einfach wie in echt das nicht also es hat ja in echt auch nicht jeder die gleiche statur so allerdings die die passagiere hier in trainwurte genau kinder also dass man altersunterschiede erkennt also kinder menschen mittleren alters höheren alters vielleicht läuft auch jemand mal mit kinderwagen rum das wäre natürlich dann schwierig zu implementieren dass die in den zug einsteigen aber man könnte es ja immerhin so machen dass sie am bahnsteig rumlaufen die müssen ja dann nicht in den zug einsteigen aber sie wären dann wenigstens da sie kann ja auch sein sie verabschieden irgendwie ihren onkel oder so oder ihren opa ist jetzt nicht unrealistisch wenn die da am bahnsteig rumlaufen aber nicht einsteigen mit dem kinderwagen oder rollstuhlfahrer wobei die könnte man auch einsteigen lassen und dann theoretisch in den rollstuhlbereich oder in den für rollstuhlfahrer nach vorgesehenen bereich in zügen auch dann stehen lassen vielleicht wenn es zu aufwändig ist ohne animation aber dass er da eben dann rein spawnen so kann man auch sagen das wäre immerhin schon mal etwas aber jetzt auf dem bild ist ja noch kein riesen fortschritt zu den jetzigen passagieren zumindest visuell erkennbar wir gehen noch kurz zwei andere bilder durch und zwar hier sehen wir ein erstes foto aus boston providence northeast corridor und sehen hier die acs 64 mit den entsprechenden waggons ich finde schön dass ein comeback hat wie gesagt den zug gab es ja auch schon mal in trains im world 2020 beziehungsweise gibt es immer noch aber ihn gibt es eben nicht in trains im world 2 und im sommer wird er dann eben sein comeback haben freut mich sehr mehr ist ja auf dem bild aber auch nicht zu erkennen also nichts neues oder wo man jetzt sagt oder fällt mir irgendwas auf wenn ihr was seht könnt ihr ja gerne egal bei welchem bild wenn euch irgendwas auffällt könnt ihr das ja gerne mal anmerken aber mir fällt jetzt hier nichts besonderes neues auf oder oder so aber generell freue ich mich einfach darauf dass dieser zug sein comeback feiert und wir kommen noch zu rieser dresden ja das ist das bild dazu aber natürlich richtig kreativ coolen winkel erwischt die ganzen schriftzüge also hier rieser dresden ich gehe noch mal schnell zurück hier boston providence und so habe ich alles reingeschrieben also auf der website ist das hier ohne die beschriftung mit den städten namen und natürlich auch ohne das mashing news logo das ist logisch genau hier sehen wir oben im oberen gleis die hamsterbacke unten den doppelstock steuerwagen das sind eben ein paar der züge die dabei sind wie gesagt keine neuen züge auf dieser strecke alle gibt es schon in trains in world 2 habe ich aber auch gestern angesprochen also wenn ihr mehr infos noch zu rush hour haben wollt da habe ich gestern ein news video veröffentlicht in dem ich euch todlabere also wenn ihr ganz viel infos dazu haben wollt dann könnt ihr das video noch mal anschauen hier wollte ich in aller kürze nur noch mal die bilder zeigen dementsprechend war es das auch schon von diesem news video und wir schauen uns oder hören uns besser gesagt noch mal schnell das outro an los geht's und hier sind wir im outro vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir gerne rückmeldung da oder anmerkungen was haltet ihr von den neuen strecken was haltet ihr von den neuen features freut ihr euch auf hamburg lübeck und dann werde ich auch natürlich antworten vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und macht's gut